Herzlich Willkommen zum Talk in Town mit Bob Hanning und mit mir, Frank von Beeren. Bob, ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter dir, zumindest sportlich gesehen, der Sieg deiner Berliner in Leipzig und unser Auswärtssieg in Dresden. Das war ja schon in dieser Konstellation eigentlich nicht so erwarten, oder? Jetzt dachte ich, dass du mich noch fragst, was hat dich mehr gefreut und mich in eine schwierige Situation bringst. Ne, in der Tat, das war aufgrund der kompletten Verletzungssituation auf beiden Seiten und dadurch, dass wir dann auch noch Max Benecke abgegeben haben an die Profis, also noch auf einen weiteren Spieler verzichten muss, sicherlich nicht von auszugehen. Der Sieg der Füchse in Leipzig, das muss man einfach sagen, wenn man den Anspruch hat, um die deutsche Meisterschaft zu spielen, auch wenn Gitzel und Wiede ausfällt, hat mich jetzt persönlich nicht so überrascht, muss aber trotzdem auch mal erst gespielt werden. Das wissen wir alle, die sich mit Spitzensport beschäftigen, das haben die Jungs gut gelöst und wir haben sicherlich unser bestes Spiel bis jetzt in der Liga gemacht, noch ein bisschen euphorisiert aufgrund des Spiels gegen Kiel, ausverkaufte Halle, tolle Stimmung, eine tolle erste Halbzeit gespielt und von daher haben wir uns eine Menge vorgenommen für das Spiel und haben wirklich auch ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Wenn man sich das mal überlegt, Gitzel und Wiede fallen aus, also das heißt komplett Rückraum rechts bei den Füchsen und du kompensierst das, indem du Max Benecke und Nils Lichtlein bei den Füchsen spielen lässt. Auf unserer Seite ist Karl Rosner zum Glück wieder fit geworden und hat ja ein überragendes Spiel gemacht, wenn man bedenkt, dass er ja einen riesen Trainingsrückstand hat. Diese Möglichkeiten sind ja eigentlich unfassbar. Darum beneiden uns, glaube ich, sehr viele Mannschaften, oder? Ja, das schon, aber trotzdem wird es natürlich, wie wir jetzt sehen, mit der schweren Verletzung von Maxim Orloff und dem Ausfall von Mathis Langhoff natürlich irgendwann auch bei uns sehr eng. Und also wir haben gerade auch, glaube ich, die schwierigste Situation, seitdem ich hier bin, was das Personal angeht. Aber ich muss wirklich auch sagen, die Jungs haben eine Energieleistung in Elbflorenz auf die Beine gestellt, die selbst mir allergrößten Respekt abverlangt. Wenn man einfach weiß, du hast zwei Linksaußen als Ergänzungsspieler, als Wechselspieler mit auf der Bank. Tim Grün hat überragend gespielt, das war die einzige Position, die du nicht wechseln durftest. Und du hast dann noch einen weiteren Auswechselspieler, weil mit Dustin Kraus ja kurzfristig auch noch ein Spieler ausgefallen ist. Und du spielst dann gegen eine Mannschaft, die das Ziel hat, auch ganz oben mitzuspielen. Und du führst mit acht Toren auf einmal führst du nur noch mit einem Tor und kämpfst dich dann trotz der Situation des Kraftverlustes. Ich habe immer gesagt, es gibt so diese autonomen Zonen, die du nur bei Lebensgefahr am Ende des Tages auslösen kannst. Und es war fast so. Und du hast gerade Karl Rosen angesprochen, um die Frage dann zu Ende zu drehen. Ich erinnere mich noch, dass ich eben gesagt habe, Karl, jetzt mach noch diese beiden Angriffe bitte in Unterzahl. Du musst uns jetzt die Ruhe reinbringen und er gleich zweimal den Ball verliert. Und wie ein kleiner Junge sich gefreut hat danach, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das ist einfach eine ganz tolle Mannschaft, die alles füreinander tut. Und deswegen haben wir das Spiel auch in der Form dann noch gewinnen können, was eigentlich fast gar nicht mehr möglich war. Wir kommen gleich noch mal zu Maxim. Aber noch eine Frage zum Spiel gegen Dresden. Als ich dann am Livestream das verfolgt habe und den Pfiff zum Beginn des Spiels und dann auf die Bank geschaut habe, da habe ich schon gedacht, oh Mann, das sieht ziemlich leer aus. Und trotzdem schaffst du es, dieses hohe Tempo letztendlich auch beizubehalten über 60 Minuten. Dann gab es eine Phase, wo wir von 22,14 auf 24,23 mit der Chance auf Unentschieden für Dresden. Ich glaube, das war dann eine ganz entscheidende Situation, dass Marc Ferjan dann diesen sieben Meter gehalten hat. Wie bewertest du dann die Leistung, dass wir uns eben dann wieder abgesetzt haben? Andere Mannschaften hätten da vielleicht auch gesagt, okay, jetzt ist das Momentum auf der anderen Seite und jetzt wird es ganz, ganz schwer, dieses Spiel noch zu drehen. Ja, wir müssen, ich habe es ja gerade auch schon so ein bisschen euphorisiert gesagt und lasse mich ja selten zu solchen Themen hinreisen. Wir haben keine überragende Torhüterleistung gehabt, aber wir haben einen entscheidenden Ball gehabt und das war der, den du gerade angesprochen hast, der uns noch mal ein bisschen Luft gegeben hat. Ich glaube einfach, dass diese Mannschaft ist sich halt untereinander einig und die haben einfach Bock zu trainieren und Bock zu spielen und dann kannst du sowas auch mal kompensieren. Das muss man einfach auch sagen, das Spiel, was jetzt kommt. Du kannst jetzt nicht sagen, das schaffst du jede Woche, Woche für Woche und Joshua Thiel als Abwehrchef zu ersetzen. Wir haben vorher gesagt, wir haben eine Strategie und ich habe den Jungs gesagt, wir setzen da einen Plan darunter, den wir variabel gestalten müssen. Mein Job war es im Grunde genommen, einfach dafür zu sorgen, dass wir trotz alledem mit nur einem Auswechselspieler eine Konstellation stellen können, um dieses Spiel zu überleben. Alles andere sind die Jungs wirklich selbst gewesen. Wir haben das Glück, das war dann bis zu bei Maxim Orloff, die Situation zu haben, als der offensiven Deckung Maxim dann einfach an den Kreis zu stellen, weil das kann er eben auch und könnte dann als Kreisrückraumspieler agieren. Aber den Rest haben die Jungs wirklich selbst gemacht. Aber so eine Energieleistung müssen wir uns auch nichts vormachen. Das kann nicht jede Woche funktionieren. Du hast es eben auch schon angesprochen, Maxim Orloff hat sich schwer verletzt. Was ist gestern passiert? Ja, ich muss jetzt einfach sagen, wir müssen jetzt einfach mal abwarten. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Der Verdacht ist des Kreuzbandrisses. Wir sind heute in den medizinischen Untersuchungen. Wir sind dann in Absprache mit unseren Ärzten. Und ich bin immer ein Freund davon, keine Diagnosen in der Kabine zu glauben, weil am Ende des Tages gibt es dafür MRT-Geräte und Experten, die dann auch Bilder lesen können und deuten können und mit Hand auflegen und es könnte sein. Das ist nicht so meins. Wir müssen das jetzt abwarten. Der Verdacht eines Kreuzbandrisses besteht. Dann ist die Frage, wo wird er operiert und wie kriegen wir ihn schnellstmöglich gesund. Für den Jungen ist das erstmal ein Drama, weil er auch fester Bestandteil der Weltmeister-Mannschaft der Junioren sein wollte im Sommer. Und jetzt wollen wir einfach mal hoffen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, dass ihn das nicht ganz umwirft. Und ansonsten müssen wir uns gucken, wie wir das schaffen, was eigentlich nicht geht, nämlich den Maxim zu ersetzen. Zumal jetzt auch die Europapokalspiele der Füchse beginnen und die Spieler mit Doppelspielrecht ja auch nochmal gesondert gefordert sind. Du hast es eben schon gesagt, es wird jetzt eine harte Zeit und personell stehst du vor einer Situation, so wie du es noch nicht erlebt hast. Ich glaube, das kann man unterstreichen. Was sind deine Gedanken jetzt für die nächsten Wochen? Ich denke, dass du schon einen Plan haben wirst. Ja, also nochmal, wir gucken jetzt mal. Fakt ist, ich bin erstmal sehr, sehr froh, dass wir diese elf Punkte haben, dass wir Dritter in der zweiten Hand bei Bundesliga sind, dass wir uns etabliert haben, dass jeder Spieler schon seinen Beitrag geleistet hat. Jetzt gerade Tim Grüner am Wochenende mit einer überdurchschnittlichen Leistung. Wir haben Karl jetzt wieder zurück. Das ist für uns in vielerlei Hinsicht wichtig, weil es auch der Kapitän der Mannschaft und auch mein Kapitän ist und ich mich einfach unglaublich wohl fühle, wenn er, ich sage mal so als übergeordnete Instanz und als erfahrener Spieler einfach auch der Mannschaft in so einer Situation zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass wir in vier, fünf Wochen Josua Thiele wieder zurückkriegen, dann wird sich bei uns auch einiges ein Stück weit wieder entspannen. Ich habe jetzt das Problem, wir haben es gesehen, wir wissen nicht, was mit Dustin Kraus ist am Wochenende. Wir wissen, wir kriegen keine Hilfe. Wir wissen, wir werden wieder zwei Außenspieler als Auswechselspieler haben und jetzt müssen wir einfach auch schauen, ob wir uns, ich sage mal, der Talentschmiede, der Füchse bedienen, aus der A-Jugend oder der zweiten Mannschaft nochmal einen Schritt zu machen. Das wird aber sehr davon auch abhängen, wie jetzt die Diagnose von Maxim ausfällt. Die personelle Situation ist damit extrem angespannt für das nächste Heimspiel gegen den TV-Großwaldstadt, die ja auch hervorragend in die Zweitligasaison gestartet sind. Wie siehst du jetzt die Vorzeichen für das kommende Spiel? Ach ja, das ist keine einfache Aufgabe. Jetzt wissen wir, dass wir uns der Aufgabe stellen müssen. Da wissen wir auch, Großwaldstadt hat mit Igor Wori und dem Trainerwechsel nochmal deutlich an Spielstruktur dazugewinnen können. Unsere Aufgabe wird sein, auch darauf die richtigen Antworten und Lösungen zu finden. Darauf werden wir uns am Donnerstag in der Einheit vorbereiten und ansonsten gucken, dass wir hoffentlich mit vielen Zuschauern im Rücken, weil das ist das, was wir jetzt wirklich brauchen und viel Leidenschaft einfach uns dagegen zu wehr setzen und die eine andere Idee dazu habe ich schon. Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, Bob. Freuen wir uns sehr drauf auf das Spiel am kommenden Freitag um 19 Uhr gegen den TV-Großwaldstadt. Bis dahin zum nächsten Mal alles Gute. Ciao.